Für unsere Schüler in der musikalischen Frühjahrziehung ein Lied aus Liberia, das heißt Coccolioco in der Fassung von Uli Führer aus seinem Buch Effchenbob. Sieht so aus. Und geht so. Coccolioco, 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 A, B, Mama, A, B, A, B, Coccolioco, A, B, Mama, A, B, A, B, Coccolioco, Jo, so geht das.